So, dann fehlt nur noch einer. Aha. Da muss ich mich aber jetzt mächtig beeilen. Oh Mann. Das war eigentlich am Ende nur noch Glück gewesen. Von wo denn? Da unten ist einer. Den besöge ich mal schnell. Wow. Sehr toll. Was hat der jetzt gebracht? Nichts. Oh. Oh. Ja. Ja. Das war's für heute. So lange hat der erste Abschnitt gedauert? Normalerweise ist es immer so ein kleiner Abschnitt, aber okay. Achso, der hatte nur ein Leben. Und hier ist der letzte. Waren ja nur drei, war? Ja. Ansonsten habe ich dann, wenn ich den habe, bis jetzt alle eingesammelt, außer den einen in der Welt der Knarren. Ich muss los, meinen Goldfischer bürsten. Ich glaube, das sollte der nächste sein, weil er jetzt komplett verschwunden ist. Eigentlich wollte ich die Taktik nehmen, die ich immer mache. Ich habe von da oben Karmischer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey, Raymond, versuch von mir unten zu sein und aufzuhalten. Ich nehme Handzug und bitte die Haltung an, Mane. Oh nein. Ja, was kann ich denn dafür? Ich kann hier kaum was sehen oder ich kann nicht so schnell reagieren, was vor mir liegt. Aber ich mag die Musik. Ich bin runtergeflogen. Nein, 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 ich will nicht runterfliegen. Bähn. Nein, ich bin runtergeflogen. Mir sind die sogar so egal. Wie er noch da herumfliegt. Wie er noch da herumfliegt. Ich nehme Handzug und bitte die Haltung an, Mane. Bin ich gerade ernsthaft an den Roten vorbei? Bin ich. Ich mach übrigens gar nicht, ja? Ah, so wär's mein Schneider. Und das Ganze noch einmal. Bitte nicht. Warum nochmal? Muss ich jetzt ernsthaft alles einsammeln oder was? Oder muss ich vor ihm da sein? Also unten ankommen. Ja, klar. Hä? Hä? Ich hoffe mir hier bis dahin, dass ich dagegen geknallt bin. Kann man irgendwas hier beschleunigen oder so? Also wenn ich wirklich vor Klobox ins Ziel sein muss, dann ist es extrem lächerlich. Ja, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Man. Wow. Ja, was kann ich denn dafür? Das ist lächerlich. Wieso kann man diese Videosequenz nicht einfach überspringen? Mann, ich hasse sowas einfach. Ne, Mann. Kannst du gucken. Ist doch völlig egal, wer zuerst unten ist. Ja, Mann. Wenn ich so umfähig ist, dann kann ich auch nichts dafür. Aber hört auf den Spieler zu beleidigen, wollte ich gerade sagen. Geh doch da durch! Ich rassiere gleich aus! Muss ich hier irgendwas beschleunigen oder sonst irgendwas? Willst du mich verarschen? Ich bin total rein, ich bin geflogen. hab dich doch hin alter mann alter muỗ ihr müsden wir uns sein Er schlägt auch ein bisschen, bei manchen Stellen. Oder er hängt da ein bisschen fest. Das ist extrem lächerlich gewesen. Oh man, Alter! Der kommt auf so eine Idee! Bist du aus der Fabrik? Oder ist das doch das letzte Level? Der hat erstmal leise meinen Magen geknurrt. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Aufnahme hört, aber ich habe gerade meinen Magen gehört. Die ist dort! Da bin ich ganz sicher! Ist es doch das... Ah nee, jetzt... Ah, jetzt ist das letzte Level, glaube ich, oder? Ja doch, ich glaube, das war das letzte Level. Das Hurtlums Hauptquartier. Ich habe ihn so lange in mir getragen, dass ich ihn noch immer spüren kann. Was? Also wenn es... Also ich weiß, das ist Lava, aber man kann da auch irgendwie anders denken, was das ist. Tendenz steigen. Ah ja. Oh, die Dame hat eine wunderschöne Stimme. Schleimer. Ich würde ihr gerne guten Tag sagen. Woh, Klobox, Alter. Kannst du mal bitte deine Backen halten? Da ist ein Schalter. Mein Rücken juckt. Oder Kitzel, besser gesagt. Oh, wir werden dann weiter um Hilfe rutscheifisch ihn nicht mehr. Ich sehe, muss ich irgendwas wieder mit einer Rakete irgendwas tun. Wo er mir gerade da runtergeflogen ist, kann ich euch nicht sagen. Was? Mann! Ich hasse sowas einfach! Hä? Der ist gerade nirgends... Was war das? Der war durch! Gut, dass ich kein Pilot bin. Oh, wie sowas manchmal unnötig ist! Ich muss los! Das Rad neu erfinden! Ernsthaft, sowas ist manchmal ziemlich unnötig! Und wie soll das Rad neu erfinden? Hä? Habe ich das jetzt abgeschossen? Oh! Wollte ich noch nicht! Aaaaah! Warum er? Aber ich mag die Musik! Ich weiß nicht, wie habe ich das letzte Mal eigentlich besiegt? Ich glaube, ich hatte einfach nur das letzte Mal viel Glück gehabt! Ja, klar! Geh doch einfach da rauf! Ja! Raymond! Bring es bitte nicht auf die Spitze! Hilfe! Hilfe! Ja, komm! Ich komme da nicht mehr weg! Dankeschön! Wieso schießt du nicht diesen... Depp ab? Wieso schießt du nicht diesen... Depp ab? Ich nehme wirklich! Weil, Kartan, seit wann ist jetzt Klobock so schlank? Weil er so aussah! Hilfe! Hm! Hey! Fass dein Kumpel nicht an! Dann komm hier nicht mit einem blöden Blick! Mit Nachschirn! Hehehe! Ich eile ja schon zu Hilfe! Denn ich habe schon eine Ahnung, wo du sein könntest! Ja, da bin ich bei mir schon! Schnell, Raven, es gehört sich nicht eine Dame wachen! Das... vor allem... bin ich einfach nicht in der Mache auf Aber du schaffst halt auch niemals diesen Sprung, oder? Toll. So, und da kommt er nicht rauf? Nobax, geht's dir gut? Wo soll er jetzt sein? Hä? Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo der ist. Was ist da oben? Hm. Ja. Ja. Keine Ahnung, eigentlich war er schon da drüber, aber... Warum ist nicht so wahr? Keine Ahnung. Oder vielleicht... Das vom Augenblick ist erst zuerst so aus. So, und was hat er mir gegeben? Ein Diamant. Sei ruhig. Schön für dich. Hä? Na? Was hab ich da? Wow, du bist mal so schlau. Würden Sie sich bitte an den Empfang begeben? Hm? Warum redet sie so komisch? Achter. Was? Fass blitz. Der Empfang ist nicht gerade herzig. Mann! Das ist doch ein Geheimnis oder nicht? Nicht ein anderes Kitzel! Er versucht von einem Zauberer beschützt! Das ist total... Was?! Ich habe ihre Waffen mit!